Starship Untersuchung und Startdatum. Bedrohung durch Asteroideneinschlag so dramatisch wie seit Jahrzehnten nicht. Indien verliert nagelneuen Satelliten. Blue Origin stellt künstlich Mondschwerkraft her. Vast testet vier erste kommerzielle Raumstationen. Vereinigte Arabische Emirate bestellen Gateway-Luftschleuse bei Thales Alenia. Und deutsche Firma Atmos darf im April den Frachtrücktransport aus dem Orbit testen. Das und noch mehr. Mit allen Hintergründen schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Ja, und wenn du keine Raumfahrt-News mehr verpassen magst, genau, Abo nicht vergessen. Die Zukunft der Raumfahrt, die wird nämlich atemberaubend. Der siebte vollintegrierte Testflug der Starship-Super-Heavy-Rakete endete bekanntlich am 16. Januar in einem riesigen Feuerball über der Karibik. Handyaufnahmen, die zeigten, wie brennende Trümmer wieder in die Atmosphäre eintauchten. Glücklicherweise gab es wohl keine Verletzten. Der einzige mir bekannte gemeldete Schaden, der betrifft ein Auto, das auf den Turks- und Kaikows-Inseln wohl leicht beschädigt wurde. Die Lokalregierung der zu Großbritannien gehörenden Turks- und Kaikows-Inseln, die arbeitet derzeit mit SpaceX an einem Bergungsplan für die Trümmerteile. Die US-Luftfahrtbehörde FAA, die hat SpaceX nach diesem Vorfall eine Unfalluntersuchung verordnet und damit das Starship-System de facto unter Startverbot gestellt. SpaceX hatte vorher eine Genehmigung für mehrere Starts mit einer gemeinsamen Erlaubnis. Die Untersuchung verlangt, dass SpaceX die Ursachen aufklärt und mögliche Korrekturen vornimmt, bevor die FAA einen erneuten Start genehmigen kann. Es mehren sich die Gerüchte, dass SpaceX trotzdem auf einen Start Ende Februar hinarbeitet. Einem Antrag von SpaceX zufolge bei der Federal Communications Commission, die für die Vergabe der Funklizenzen in den USA zuständig ist, könnte der nächste Starship-Flug frühestens am 24. Februar starten. Diese Genehmigung ist aber nur eine der vielen für den Start notwendigen und wird regelmäßig von SpaceX neu beantragt. Außer, dass der nächste Start nicht vor dem 24. Februar stattfinden wird, können wir dieser FCC-Genehmigung also keine Informationen entnehmen. Auf der Hardware-Seite müssen die Arbeiten an Booster B15 abgeschlossen werden und der Booster muss statisch Feuer getestet werden. Zur Oberstufe Ship 34. Das zweite Version 2-Chip hat, soweit bisher bekannt, auch noch nicht alle Raptoren erhalten und erwartet auch noch einen Feuertest. Vermutlich auch nochmal einen dedizierten für ein einzelnes Triebwerk, wie es für einen De-Orbit-Burn gebraucht wird. Das wäre ja eines der Ziele, die ja auf dem fehlgeschlagenen Flug 7 nicht erreicht wurden und die man dann auf Flug 8 versuchen würde. Sollten die Einzeltests der beiden Raketenteile aus Booster 15 und Ship 34 mit ihren insgesamt 39 Raptor-Triebwerken erfolgreich abgeschlossen werden, dann können wir einen Test der gesamten Rakete zusammen mit dem Bodensystem erwarten. Es war ein Testflug, trotzdem ist zum feurigen Ausgang der Oberstufe frühzeitig im Flug mit Trümmerregen und Luftraumproblemen das Wort Fehlschlag nicht ganz von der Hand zu weisen. Für die erste Stufe der Trägerrakete Booster 14 lief es ja besser. Es war der zweite Booster, den SpaceX erfolgreich in der Starbase auf dem Start- und Fangturm landen konnte. Ist euch vielleicht gerade schon aufgefallen, ich spreche mittlerweile von Booster 15 für den nächsten Flug. Die Hoffnung, dass Booster 14 bereits auf dem achten Flug erneut fliegen könnte, die zerstreute sich offenbar. Ein Wiederflug von Booster 14 auf dem neunten vollintegrierten Starship-Lug, das scheint aber weiter möglich. Flug 9 dann voraussichtlich mit einem ersten Fangversuch der Oberstufe. Das dafür vorgesehene Chip 35, das ist noch im Aufbau. Diese Woche gab es vor dem Stacking einen Blick auf sein Hinterteil. In dieser Sektion, da soll ja auf dem letzten Flug der Wurm drin gewesen sein, was letztlich dann für den frühzeitigen Verlust von Chip 33 gesorgt haben soll. Da Chip 35 mittlerweile komplett gestackt ist, ein sehr gutes Indiz dafür, dass kein grundsätzliches Problem mit der Version 2 Hardware für den Verlust der Oberstufe auf Flug 7 verantwortlich war. Man hat das Problem also relativ einfach lösen können bei SpaceX und keine großen Hardwareänderungen an Zuleitungen für die Raptoren vornehmen müssen. Von vielen US-Zuschauern der Starbase-Aktivitäten mit großem Interesse verfolgt, will ich es hier der Vollständigkeit halber auch erwähnen. Der ehemalige amerikanische Flugzeugträger USS John F. Kennedy wurde in unmittelbarer Nähe zur Starbase geschleppt. Das Schiff war von 1967 bis 2007 bei der US Navy im Einsatz und wurde für einen Cent an die International Shipbreaking Limited verkauft. Im Hafen von Brownsville erwartet es jetzt sein Ende und wird dort abgefragt. Letzte Woche hatte ich über die von der NASA zurückgeführten Proben vom Asteroiden Bennu berichtet. Der kreuzt ja auf seinem Kurs um die Sonne immer wieder auch die Erdbahn. Ein Einschlag ist sehr unwahrscheinlich, aber aktuell berechnet immerhin nicht null. Bis zum Jahr 2300 liegt die Wahrscheinlichkeit bei 0,057 Prozent. Warnungen vor Asteroiden gibt es ja regelmäßig mit ähnlichen Wahrscheinlichkeiten oder weit darunter. Für den Asteroiden 2024 YR4, gerade erst Ende 2024 entdeckt, ist das Risiko eines Einschlags im Jahr 2032 leicht gestiegen und liegt jetzt laut NASA und ESA zwischen 2,2 und 2,3 Prozent. Immerhin. Mit einer Größe zwischen 40 bis 90 Metern des Brockens könnte ein solcher Einschlag zwar lokal begrenzt bleiben, aber doch erheblichen Schaden auf der Erde anrichten. Wir hoffen mal, dass die Wahrscheinlichkeit deutlich abnimmt und das Ding weit an der Atmosphäre der Erde vorbei fliegt. Kontrollierter Wiedereintritt und am besten mit gut geschützter Nutzlast mit Sicherheit ein Markt der Zukunft. Das deutsche Unternehmen Atmos Space Cargo aus Baden-Württemberg, das hat grünes Licht für seine erste Mission zur Demonstration von Wiedereintrittstechnologie erhalten. Die US-Luftfahrtbörder FAA hat die Nutzlastprüfung für den Phoenix-Technologiedemonstrator abgeschlossen. Der letzte regulatorische Schritt vor dem geplanten Start im April 2025 auf der SpaceX-Rideshare-Mission Bandwagon 3. Phoenix bleibt an der Falcon 9-Oberstufe befestigt, während andere Satelliten der Missionen ausgesetzt werden. Nach einem De-Orbit-Manöver der Oberstufe trennt sich Phoenix und tritt dann über dem Indischen Ozean wieder in die Atmosphäre ein. Das Ziel von Atmos ist es, mit aufblasbaren Hitzeschilden eine skalierbare Rückführung von Nutzlasten aus dem All zu ermöglichen. 100 Kilogramm Kapazität in der ersten Generation leicht erweiterbar auf mehrere Tonnen. So sollen nach der Rückführung von kleineren Experimenten später einmal ganze Raketen-Oberstufen zur Erde gebracht werden können. Geschenk an die Ingenieure oder sogar eine Möglichkeit für Wiederverwendung von Oberstufen. Manchmal sind es die kleinen Dinge, die die größten Freuden bereiten, wie ein paar richtig gute Hausschuhe. Dieses Jahr habe ich mir und meiner Freundin hochwertige Hausschuhe von Gießwein geschenkt, meiner Freundin den Lookstep und mir selbst den Dunheim von Gießwein. Schon beim ersten Tragen von meinem Dunheim war mir klar, diese Hausschuhe sind mehr als nur bequem. Der geweigte Schurwollstoff, der sorgt für wohltuendes Fußklima, warm aber niemals schwitzig. Das minimalistische Design in melierter Optik, das passt perfekt zu jedem Alltag zu Hause, auch für entspannte Stunden auf der Couch oder den kurzen Gang auf die Terrasse. Die patentierte Gießweinlaufsohle aus Naturkautschuk, die bietet nicht nur sicheren Halt, sondern ist auch flüsterleise. Kein lästiges Klappern, kein Rutschen, dafür maximale Bewegungsfreiheit. Mit ihrem ultraleichten und flexiblen Tragegefühl, da fühlt sich das fast so an, als wäre man barfuß unterwegs. Egal ob für Damen oder Herren, der Dunheim ist die perfekte Kombination aus Stil und Komfort. Entspannter kann man sich zu Hause kaum wohlfühlen und stylisch sind sie noch dazu. Gönn auch du dir ein kleines Stück Luxus jeden Tag. Mit dem Dunheim-Pantoffel wird dein Zuhause noch gemütlicher versprochen. Stylisch, robust und kuschelig, mit meinem Link und meinem Code bekommst du wieder 20% Rabatt auf das gesamte Gießweinsortiment. Die Starts der vergangenen Woche. Am Sonntag, 2. Februar, da startete von Tanegashima in Japan ein H3-22S, also ein H3 mit zwei R-Stufen-Triebwerken und zwei Feststoffboostern und einer kleinen Nutzlastverkleidung. An Bord befand sich der Navigationsathlete MikiBiki 6. Er soll die regionale GPS-Genauigkeit in Japan weiter verbessern. Spezielles Problem, Japan ist sehr gebirgig und hat viele Häuserschluchten in den Großstädten. Daher zusätzliche Signale mit MikiBiki 6 nahezu senkrecht für die Empfänger am Boden aus der geostationären Umlaufbahn. Dementsprechend trägt das System den Namen Quasi-Zenit-Satellitensystem. Am Dienstag, 4. Februar, ist vom Space Launch Complex 40 der Cape Canaveral Space Force Station in Florida eine Falcon 9 gestartet mit Starlings an Bord. Es war der 21. Start des eingesetzten Boosters und die ebenfalls 21. Landung auf dem Browship. Just read the instructions, die gelang auch erneut. Die New Shepard-Mission NS-29 startete am Dienstag, den 4. Februar, vom Launch Site One in West Texas. An Bord befanden sich 29 wissenschaftliche Nutzlasten. 17 davon kamen von der NASA. Es war der erste Flug von New Shepard, bei dem durch Rotation der Kapsel mit 11 Umdrehungen pro Minute Mondgravitation im Flug simuliert wurde. Die Kapsel, die erreichte mit einer Höhe von 105 Kilometern knapp den Weltraum, bevor sie zurückfiel und nach 10 Minuten an Fallschirmen landete. Der Booster war etwa 2,5 Minuten zuvor gelandet. Bemerkenswert, während der Landung der Kapsel, da öffnete sich einer von drei Fallschirmen erst verspätet. Das hatten wir auch schon mal vor ein paar Jahren. Die Kapsel, die kann jedoch auch mit nur zwei Fallschirmen landen. Am Mittwoch, 5. Februar, da startete eine Falcon 9 vom Launch Complex 39A im Kennedy Space Center in Florida. An Bord befanden sich die Maxa Erdbeobachtungssatelliten Worldview Legion 5 & 6. Damit ist die aus sechs Satelliten bestehende Erdbeobachtungsflotte des Unternehmens nun vollständig im Orbit. Die Satelliten, die operieren in einer Höhe von 450 Kilometern und können die Erde mit einer Auflösung von 30 Zentimeter pro Pixel abbilden. Maxa verkauft seine Erdbeobachtungsdaten an Behörden und kommerzielle Kunden, die präzise und aktuelle Satellitenbilder benötigen. Am Mittwoch, 5. Februar, ist vom Kosmodrom Plesetsk eine Soyuz 2.1V mit Volga-Oberstufe gestartet. Die Rakete, die Soyuz 2.1V, die hat relativ wenig mit der R7-basierten Soyuz-Rakete gemein. Zum Beispiel keine Seitenbooster und statt der RD-107 und RD-108 hat sie ein einzelnes gestuftes NK33 in der Mitte. Da dieses Triebwerk über keine Schubvektorsteuerung verfügt, braucht es dann vier einachsig schwenkbare RD-0110R. Die sieht man da auch an den Seiten. An Bord der Rakete befanden sich drei russische Kosmos-Militärsatelliten. Was sie können oder was sie machen, das ist mir nicht bekannt. Der Wochenabschluss, wenn am Sonntagmorgen die News erscheinen, dann sollte von der Mahia-Halbinsel in Neuseeland eine Elektron von Rocket Lab gestartet sein. An Bord befinden sich mit der Mission IoT4U & Me fünf Nanosatelliten. Es ist die vierte Charge dieser Satelliten, die die Elektron für das französische Unternehmen Kines in die Umlaufbahn bringt. Ganz interessant, den Start, den hatte man wegen möglicher Kollisionen mit Weltraumschrott verschoben. Ein Nachtrag zur letzten Woche. Ich hatte über den erfolgreichen Start eines indischen Navigationssatelliten berichtet. Der Start, der war zwar erfolgreich, doch wie jetzt bekannt wurde, hat das Haupttriebwerk des Satelliten versagt. Der Satellit NVS-02, der befand sich aber auf einem Transferorbit in den Geo. Diese hoch elliptische Bahn, die hat ihren erdnächsten Punkt, also das Perigeum, 170 Kilometer über der Erde und den erdfernsten Punkt, das Apogeum, 36.577 Kilometer über der Erde. Grund für den Ausfall soll ein Ventil für den Oxidator sein, das sich nicht öffnet. Aktuell prüft die ISRO Alternativen. NVS-02 war nach NVS-01, der ist 2023 gestartet worden. Der zweite von fünf geplanten neuen NAV-IC-Satelliten, die präzise Navigationsdienste für den indischen Subkontinent liefern sollten. Die indische ISRO, die hatte ja eigentlich gerade einen Lauf und dazu noch ein hochambitioniertes Raumfahrtprogramm für die Zukunft. Nicht mit dem Vorfall in Verbindung stand übrigens der Wechsel an der Führungsspitze der indischen Raumfahrtagentur. Dr. Somanath verließ seinen Post nach drei Jahren planmäßig am 14. Januar 2025. In seiner Amtszeit, da startete Indien unter anderem im Jahr 2023 erfolgreich Chandrayaan III und setzt da als erstes Land überhaupt erfolgreich auf dem Südpol des Mondes auf. Oder zumindest in der Nähe. Sein Nachfolger, Dr. Narayan Naan, ich hoffe die Aussprache ist richtig, ist ein indischer Luft- und Raumfahrtingenieur. Bisher war er unter anderem der Direktor des Zentrums für Flüssigkeitsantriebe. Interessante erste Äußerung nach Amtsantritt sagte, er wolle unter anderem den Anteil Indiens am globalen Raumfahrtsektor von 2% auf 10% erhöhen und die Zahl der indischen Satelliten innerhalb von drei bis vier Jahren von derzeit 54 auf 100 erhöhen. Es wird nicht ruhig um Batsch und Sunny. Die beiden Testpiloten des Starliners sollten ja ursprünglich nur Tage auf der SS verbringen und sind mittlerweile seit Juni 2024 auf der SS. Ihr Starliner Raumschiff ist als Vorsichtsmaßnahme ohne sie zur Erde geflogen. Letztlich aber ohne Probleme gelandet. Butch Wilmer und Zenita Williams wurden dann Teil der reduzierten Crew 9, die mit SpaceX Crew Dragon zur Station geflogen war. Ursprünglich war die Rückkehr von Crew 9 mit Batsch und Sunny für Februar 2025 geplant, wurde aber durch Probleme mit der neuen SpaceX Kapsel C213 verzögert. Die NASA und SpaceX haben beschlossen, die Crew 10 Mission, die Crew 9 ja ablösen soll, mit einer anderen Dragon Kapsel zu starten. C2-10, also Endurance, die ja eigentlich für XM4 vorgesehen war, wird nun für Crew 10 genutzt. Crew 10 startet nun frühestens am 12. März. Die Crew 9 mit Batsch und Sunny, die könnte dann am 19. März zurückkehren. Das US-Raumfahrtunternehmen Vast hat mit Test eines Qualifikationsmodells seiner ersten kommerziellen Raumstation Haven One begonnen. Dabei wurde die Struktur auf das fast Zweifache des Normaldrucks gebracht und mehrere Lecktests durchgeführt. Laut Vast waren diese ersten Tests erfolgreich und hätten die vollständige Qualifizierung eines Druckbehälters für eine Raumstation gezeigt. Die Struktur wurde laut Vast in einer Rekordzeit von nur 15 Monaten gefertigt und geprüft. In den kommenden Wochen soll die vollständige Qualifikationstestkampagne abgeschlossen werden, zu der die simulierten Start- und On-Orbit-Kräfte mit Hilfe von hydraulischen Aktuatoren und strukturellen Belastungstests unter Druck gehören. Vast ist weiter davon überzeugt, dass ihre Haven One die erste einsatzbereite kommerzielle Raumstation wird, verschiebt aber den geplanten Starttermin auf 2026. Ursprünglich war von August 2025 die Rede. Als frühestmöglichen Starttermin mit einer SpaceX Falcon 9 peilt man Mai 2026 an. Sollte bei der Inbetriebnahme alles klappen, könnte die erste Crew dann mit SpaceX Crew Dragon im Juni 2026 folgen. Vast entwickelt Haven One nicht als eigenständige Station, sondern auch als Sprungbrett für das größere Haven 2 Projekt. Dieses könnte dann Teil des Commercial Low-Earth-Orbit-Destinations-Programms der NASA werden. Im Gegensatz zu Exxon Space, Blue Origin und Starlab hat Vast keine NASA-Finanzierung, sondern nur eine unfinanzierte Kooperationsvereinbarung mit der Weltraumbehörde. Apropos Raumstationen. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben Thales Alenia Space Italy mit dem Bau einer Luftschleuse für die Mondraumstation Gateway beauftragt. Die Luftschleuse ist das letzte große Modul des Gateway-Projekts. Die Luftschleuse sollen Astronauten für Außenbordeinsätze nutzen. Weiter kann man so wissenschaftliche Nutzlasten außerhalb der Station platzieren und auch bergen. Außerdem soll ein zusätzlicher Andockpunkt für Raumfahrzeuge so entstehen. Thales Alenia Space ist Weltmarktführer für die Struktur von Raumstationsmodulen und hat fast alle westlichen Module an der SS sowie die Druckkabine für Cygnus und ATV gebaut. Dementsprechend ist Thales Alenia Space bereits mit dem amerikanischen Halo und Esprit und dem europäisch-japanischen IHAP an mehreren Modulen des Gateways beteiligt. Die Vereinigten Arabischen Emirate hatten sich im Januar 2024 mit der NASA geeinigt, zum Gateway die Luftschleuse beizusteuern. Als Gegenleistung erhalten sie einen Sitz auf einer zukünftigen Artemis-Mission zur Gateway-Station. Die Luftschleuse soll frühestens 2030 mit einem SLS Block 1b und Artemis 6 starten. Da das vergrößerte SLS 1b und die gesamte Artemis-Architektur seit dem Regierungswechsel in den USA auf dem Prüfstand stehen, wird befürchtet, die NASA könnte die Artemis-Architektur überarbeiten oder sogar das Gateway-Projekt ganz streichen. Das aktuelle SLS Block 1 für Artemis 1 wird mit ziemlicher Sicherheit fliegen. Zwar erst einmal nur um den Mond, dafür aber mit Crew. Von den zehn Feststoffbooster-Segmenten für den Artemis 2-Flug sind mittlerweile acht montiert. Der Start von Artemis 2 wurde wegen Problemen mit dem Orion-Hitzeschutz auf April 2026 verschoben. Bereits auf dem Weg zum Mond, allerdings ohne Crew, sind die beiden privaten Mondlander der Firmen Firefly und iSpace. Der Blue Ghost Lunar Lander von Firefly steht kurz vor seiner TLI, der sogenannten Translunar Injection, also der Weg zum Mond hin. Das soll in den nächsten Tagen passieren. Die beiden bisher durchgeführten kleineren Orbit-Anpassungen, die waren so genau, dass man das eigentlich geplante dritte Manöver überspringen kann. Richtig kritisch wird es dann bei der TLI. Hier muss man genau zum richtigen Zeitpunkt auf dem aktuellen Orbit um die Erde die Flugbahn so massiv anpassen, dass der Mond erreicht werden kann. Sollte alles glatt gehen und die TLI erfolgreich abgeschlossen werden, dann wäre eine Landung für den 2. März geplant. Die NASA erteilte Firefly im Rahmen des Commercial Lunar Payload Services Programm den Auftrag zur Landung von Blue Ghost auf dem Mond. An Bord befinden sich hauptsächlich NASA-Nutzlasten zur Erforschung des Mondes oder zur Vorbereitung auf zukünftige NASA-Mondmissionen. Kleine Dämpfer für uns. Die zur Verfügung stehende Bandbreite wird für kritische Abstiegsvorgänge während der Landung verwendet. Also leider kein Live-Video-Bild. Aber Standbilder hat man uns versprochen. Kommunikation mit dem Mond nicht so ganz easy. Zukünftige Kommunikationsrelais-Satelliten unter anderem aus Europa sollen das mal ändern. Während es der erste Flug für Firefly zum Mond ist, befindet sich auch ein alter Bekannter auf dem Weg zum Mond. Die japanische Firma iSpace schickt nämlich ihren Hakuto Airlander erneut zum Mond. Die erste Mission M1 war im April 2023 wegen eines Navigationsfehlers gescheitert. Diesmal soll es besser laufen. Wie bei der Mission M1 wird der Hakuto Airlander im Gegensatz zur direkten TLI von Firefly einen energieeffizienteren Weg nutzen und in den kommenden Tagen erst einmal eine Bahn einschlagen, die den Ländern eine Million Kilometer von der Erde wegträgt. Die Landung ist aktuell für April geplant. Nach einem Fehlschlag, was? Ja, aufrappeln und hoch noch einmal versuchen. Hut ab vor dem Team von iSpace und viel Erfolg für die nächste Landung. Hoffentlich weich. Weiche Landung auch dann, wenn einmal ziemlich viel schief geht. Da kann ich mich auf die senkrechten Stadter Schutzengel verlassen. Und Schutzengel, das sind ja alle Menschen, die den Kanal regelmäßig monetär unterstützen. Teilweise machen die das seit Jahren. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ohne euch, da hätte ich schon lange aufgegeben, mit dem Projekt Deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Wenn auch du aktiv mithelfen möchtest, den Deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, genau, unter dem Video gibt es einen Link zu dem YouTube-Kanal-Mitgliedschaft. Und als kleines Dankeschön gibt es dann ja alle meine Videos vorab und ohne Werbung. Vielen, vielen Dank. Noch schnell die Startze kommenden Woche. Falcon 9 am Montag, 10. Februar von Vandenberg an Bord Starlings. Dienstag, 11. Februar, langer Marsch 8a. Erster Testflug der Rakete von Wing Chang. Am Dienstag, 11. Februar, Falcon 9 vom Cape Canaveral Starlink. Und den Wochenabschluss voraussichtlich dann am Freitag, 14. Februar, nochmal Starlings von Cape Canaveral. Und hier noch ein Shoutout für das Familienunternehmen Gießwein aus Österreich. Mit meinem Link und meinem Code bekommst du wieder 20% Rabatt auf das gesamte Gießwein-Sortiment. Findest du auch unten in der Beschreibung. Ja, ich hoffe die News, die haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, unbedingt den Kanal abonnieren. Hier wird noch eine ganze Menge passieren in der Raumfahrt. Die bleibt nämlich mega, mega spannend. Hashtag Apollo-Moment. Aber also nicht vergessen hier. Und ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Immer schön zäglich bleiben. Dein Mau. Und ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal.